So Leute, willkommen wir uns hier zurück zu einem neuen Video. Heute mal ein eher, ich würde sagen, witziges Video. Wir gucken uns heute mal nämlich alte Bilder von Mia an. Das wird so cringe, Alter. Ich sag's euch jetzt schon, weil diese Bilder teilweise aus diesem Alter sind, wo ich gerade angefangen habe, so eigene Bilder zu machen. Und dann halt noch welche, die etwas neuer sind, wo ich ungefähr aufs Gymnasium gekommen bin. Das wird auf jeden Fall mega cringe, weil das schon welche sind dabei. Es sind welche Quinge dabei, echt muss ich sagen. Manche sind cool davon, manche sind cringe und zu manchen gibt's eine Vorstory. Aber vorab, ich habe heute meine Passwähler für die Fahrschule gemacht, dadurch kann ich jetzt mit Fahrschule anfangen sozusagen. Also ich hab schon gelernt und so planen. Ich würde sagen, wir swappen jetzt erstmal auf dem PC. Das dient jetzt nämlich als kleines neues Format, denn ich hab noch um einiges mehr Bilder. Um einiges. Um 5000 Mal. Ich kann auch noch bei anderen Kameras nachgucken. Es gibt so viele Bilder von mir. Wenn ihr nämlich eine neue Folge wollt, könnt ihr es auch unten in die Kommentare schreiben. Einfach Folge 2. So Leute, willkommen jetzt hier zurück. Ich werde das ungefähr so machen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Jonas, das ist ein YouTuber mit 2 Millionen. Da guckt ihr ja auch teilweise Sachen so im Internet an. Ich werde euch jetzt auch eigentlich mal so ein paar Serien zeigen, so aus dem Internet. Was es denn da so Spannendes gibt und so Witziges. Und zum Beispiel auch sowas wie Akinator oder sowas. Wäre vielleicht auch mal drinne. Und ja, aber das Wichtigste heute. Ich will euch jetzt zeigen, was für Bilder ich denn noch so habe. Und wie cringe das eigentlich ist. Das wird nämlich heute der schöne Hauptfaktor. So, hier unten haben wir den Ordner. Das ist nämlich schon zum Ersten das richtige Cringe-Bild. Guckt euch da mal einen Blick an. Das ist so richtig... Hey, ich bin Steven. Wollen wir uns mal treffen? Ähm, das außerdem auf dem Berliner Fernsehturm. Wie ihr unschwer im Hintergrund erklären könnt. Die Kameraqualität war fürs Jahr, ich glaube 2011 war das, schon ganz gut, würde ich sagen. Und ihr seht schon, früher war ich so ein kleiner Bube, der immer gerne mal so bunte Sachen getragen hat. Mache ich ja immer noch, aber gerade halt nicht. Ja, das ist halt schon das erste Cringe-Bild. Allein schon wegen diesem Gesichtsausdruck und alles andere. Egal. So, hier zur Erklärung. Das bin ich. Ja, ich war mal Bayern-Fan. Und ich schäme mich selbst dafür. Was heißt schämen? Also, ich war halt... Ich will jetzt nichts herausstellen, auch an Lukas und so. Also, an die richtigen Bayern-Fans. Ihr seid... Ihr könnt gerne zu einem Verein stehen, aber ich war ein Erfolgsfan. Ich habe nur gesagt, jo, wenn sie gewinnen, deswegen bin ich Fan. Also, ich war wirklich so ein richtig heftiger Erfolgsfan. Ich bin glücklich, dass ich jetzt den Weg gefunden habe zur Energie Cottbus, dass ich wirklich meinen Leidenschaftsklub vertreten kann, sozusagen. Die sind jetzt auch aufgestiegen, dritte Liga, geil, geil, geil. Ist halt kein Cringe-Bild, aber... Es zeigt halt, dass ich noch nicht sehr erfahren war, sozusagen. Nächstes Bild. Ich muss gerade überlegen. Der genau, der hieß Quarku. Quarku. Oder... Ne, Quäule oder so. Keine Ahnung. Hier ist ein Fußballspieler. Das war auch 2011. Haben wir gemacht. Ist in Cottbus nämlich ein Fantreffen gewesen. Und da ist dieser Spieler gewesen. Und ich bin halt hier, ne? Also, das bin ich irgendwann. Ich schwätze mal können, ne? Die Cringe-Bilder, die kommen alle noch. Also, das war jetzt nur so ein kleiner Einstieg, wie ich so früher aussah. Mit den ganzen Energiespielern. Dann können wir auch direkt nach rechts swappen. Den kennt ihr bestimmt alle. Wer mir nicht glauben will, Nils Petersen wurde in Cottbus ausgebildet. Kommt aus Cottbus. Und sein Herz schlägt immer noch für Cottbus. DFB-Pokal. Freiburg gegen Cottbus. Das wird richtig, richtig schön. Und ich freue mich auch schon drauf. Und hier habe ich auf jeden Fall früher auch ein Bild mit ihm gemacht. Der gute Nils Petersen. Ist auch einer meiner Vorbilder. Ja, genau. Einer meiner Vorbilder. Leute, das ist das erste Cringe-Bild. Das ist wirklich das erste Bild, wo ich sage, oh mein Gott, was habe ich da gemacht? Ich glaube, das war auf einer Feier oder sogar auf der Hochzeit von meiner Mutter und meinem Vater. Mir stecken schon immer die Vlogger-Gene hier in den Armen drin. Ich habe gesagt, ich habe, das fliegt alles schon seit meiner Geburt in meinem Blut drin. Ich bin schon seit Geburt an, bin ich Vlogger. Das habe ich jetzt glaube ich gesagt. Ich wusste schon früher, wie man die Kamera hält. Mit schönen beiden Armen immer so rausgestreckt halten und auf sich selbst zeigen. Das macht man auf jeden Fall so. Und außerdem nebenbei, by the way, schöne Nasenlöcher habe ich da. Sorry, by the way an Erik. Unschwer zu erkennen, rechts Erik, links ich. Wir haben dann nämlich auf der Geburtstagsfeier von unserem Oper haben wir nämlich gesungen. Und zwar, ich glaube, das war ein Stern, der deinen Namen trägt. Und so eine Scheiße, wie geht das weiter? Der deinen Namen trägt, hoch im Himmelszell. Das habe ich früher bei jeder Feier gesungen, weil ich das am besten konnte. Auch wenn ich den Text fast gar nicht konnte. Cringe ist halt nur, Erik fängt hier an zu singen und dann singe ich. Meins sieht man leider nicht, man sieht halt nur, dass er... Ich finde es auch schade, es gibt kein Video davon. Wenn ich eins finden soll, wie gesagt, auch schon vorhin gesagt, weil es noch mal eine neue Folge kommen soll, dann kommt vielleicht auch das Video, was ich dazu finde, da drin. Aber jetzt erstmal die Bilder dazu. Also, das war halt schon relativ cringe so, aber war okay. Hier jetzt mal jemand richtig cooles. Guckt euch diesen Boy an. Guckt wie cool er ist. So, cooles Genossen, genau. Ich weiß nicht, irgendwie, keine Ahnung, woher ich diese fucking Waffe habe. Ist die Sache, ich habe keine Ahnung. Aber guckt euch diesen cringen Helm mit dieser komischen Feder hier an. Das kommt, glaube ich, auch aus dem Osten oder so. Das kommt von der Jagd. Und ich habe da halt auch noch einen Anzug angehabt und die Jacke hat gefehlt. Aber mein Gesichtsausdruck lässt zu ahnen, wie viel Spaß ich dabei hatte. Da wusste ich auf jeden Fall auch, wie man die Kamera hält, aber ich wusste ja nicht, was heißt gute Kameraqualität. Ich war schon sehr, sehr glücklich zu dem Zeitpunkt, glaube ich. So, wie ich hier reingucke ins Bild und wieder den geilen Pullover, wie vom Fernsehturm. Ich hatte früher echt Stil und Geschmack. Ich wusste, was man anzieht, um Mädchen anzulocken. So, dann geht es hier mit Ostern weiter. Ich sehe auch schon wieder so ein cringer Gesicht aus. Ja, aber wieder hier Style mit meinem Alders T-Shirt. Hashtag No Product Placement. Hier schön mit Mauerms in der Hand, da auch mal Kinderüberraschungen. Weil auch, glaube ich, ich schätze es mal so 8, 7, 8 Jahre alt oder so. Oh, das ist auch geil. Das finde ich auch nicht schlecht. Aber die Kameraqualität ist leider nicht so am Fleek, aber ich habe hier meine schönen Zahnlächer gehabt. Und dann so ein schönes schwarzes T-Shirt. Ich habe langsam Sinn für Geschmack gehabt und Stil bekommen. So, hier, schön beim FC Enoxil. Auch nur abfotografiert von irgendeinem Bild. Hier, ich bin gerade richtig am Fleek gewesen. Ich habe gerade hier gepumpt, wie immer. War ja auch so F-Jugend, also so 8, 7, 8. Oh, das zackt rein. Das zackt richtig rein, Leute. Ich habe mein erstes Handy bekommen, ein LG oder so. Und das ist mein erstes Selfie. Da kam die Zeit, wo ich meine, ich wurde hier rum ein bisschen dicker. Ich weiß nicht, woher das kam alles. Ich hatte meine Haare richtig beschissen liegen. Ich bin der pure Checker gewesen. Ich bin absolut... Ich war Paul, der Checker aus Köln. Pascal Kevin aus Hamm ist eine tickende Zeitbombe. Trinken-Kiffen-Schlägereien. Die Sonderschule schwänzt der 15-Jährige konsequent. So, es wird immer Cringer. Kennt ihr diese dummen Leute, die immer von unten fotografieren? Ja, so einer war ich. Mittlerweile vermeide ich die Selfies sehr, sehr gerne. Ich mache nicht mehr gerne Selfies. Ich weiß auch nicht, wieso. Vielleicht deswegen. Vielleicht, weil ich einfach... Weil das nicht gut aussah. Das war so 6. oder 5. Klasse ungefähr. Ja, Tore, by the way, Tore kann sich, glaube ich, daran erinnern. So, hier gibt es eine kleine Vorgeschichte. Habe ich da meine Haare gefärbt. Ich habe so eine Haube aufbekommen, so eine Aluhaube. Und dann wurden da meine Haare durchgezogen und dann gefärbt. Und ich habe gerade währenddessen Bilder gemacht. Und das sieht dann auch so cringe aus. Ja, dass man sowas fotografieren muss, ne? Und da hatte ich auch noch meine alten Sachen, aber naja. Das ist das einzige Bild, wo ich sage, das immer steigt den Cringe-Wert. Wer fotografiert bitte so und guckt gleichzeitig so... Dummd! Ah, ich weiß nicht, in die Kamera. Schön im Schlafanzug, by the way. Ich weiß das genau. Das war mein Schlafanzug, mein Wolli-Schlafanzug. Das war damals außerdem die blonden Haare. Ich weiß gar nicht, sieht man hier einen Unterschied? Ja, ein bisschen sieht man den. So, das Ganze auch nochmal sozusagen von vorne, einen Tag später. Schön hier mit meinem Lächeln auf dem Gesicht. Ich war natürlich glücklich, wie immer. Das war die WM 2014. Das weiß ich noch genau. Mein Manuel-Neuer-Trikot werde ich nicht vergessen. Hat mein Bruder jetzt hier schön mit den deutschen Flaggen. So, da auch eine Vorgeschichte. Das bin ich mit meinem Bruder. Wir haben unser ganzen Gehweg aus Langeweile einfach voll gemalt. Jetzt kommt wieder der Selfie-Profi. Ganz normal in den neuen Zimmer von meiner Oma. Hier schön immer von Strick und Oma und Opa. Sehr cool. Absolut geiler Tragestil. Blaue Hose, blaues T-Shirt, beziehungsweise blauer Pulli, blaue Weste, blaue Socken. Der hat den Geschmack für Farben und vor allem auch für Anziehen, Alter. Das sah doch überhaupt gar nicht gut aus. Man könnte ja nicht eine komplette Farbe immer anziehen. Das obere ist nämlich dunkelblau und das untere ist hellblau und sieht einfach nicht gut aus. So, und hier kam mein erstes Checker-Bild. Das passt so gut zum ersten. Hey, ich bin Steven. Wollen wir uns mal treffen? So Leute, wenn euch dieses Video, wie gesagt, gefallen hat, lasst doch einen Daumen hoch, beziehungsweise eine positive Bewertung da. Ich würde mich darüber freuen. Und auf jeden Fall, wenn euch das auf jeden Fall dieses Format aufgefallen hat, dann schreibt es in die Kommentare. Und vor allem auch, schreibt es in die Kommentare, ob ihr eine zweite Folge sehen wollt. Aber ich würde es einfach mal sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.